so hallo ich meine leute und herzlich willkommen zu einem weiteren part meines dwarf fortress anfänger guides ja es ist mal wieder glaube ich ein oder zwei wochen her dass ich den letzten paar hochgeladen habe und ich habe ein paar fragen gekriegt zu der einen oder anderen sachen und um diese fragen werden wir uns unter anderem heute auch kümmern außerdem werden wir diesen gang hier ich würde sagen ich anpausere einfach erst mal direkt wobei moment mal kurz nochmal nachgucken wir hatten nämlich noch was anderes nämlich eine human caravan also wir haben eine handelskarawane aktuell tetrahydrid haben entscheidend gefunden ich kenne mal ein paar sachen weg ok sparing militia commander wir kriegen erst ein paar sachen weg hier ist noch sommer genau wir haben hier unsere guildhall requirements in der letzten folge genau so weit so gut und als alert haben wir einen human caravan genau ist die denn schon da ist sie nicht sehen hier noch gerade haben wir gerade pausiert gehabt und die ist ja noch ja da sind sie noch die humans die menschen genau also werden heute uns in dieser handelskarawane logischerweise angucken natürlich das werden wir schon machen wollen wir unsere festung das werden wir machen dann werden wir hier schauen wegen unserer wegen unserem verteidigungsrang den wir uns heute mal angucken dazu hatte ich nur ein zwei fragen gekriegt und dann habe ich nur ein zwei andere lustige dinge die auf meiner liste stehen habe die wir heute vielleicht vielleicht auch nicht machen werden dass das weiß ich nicht so genau da ich heute versuchen werde ich versuche das eigentlich meistens meine folge nicht so mega lange zu gestalten aber ich werde heute definitiv versuchen die folge etwas kürzer zu halten da wir schon viel zu spät haben uns ist definitiv aber sonst nicht gerendert und hochgeladen krieger ok kohle an die zukunft ist einer von unseren benannten zwergen und das ist einfach in so einem zwerg hier das scheint keiner von den benannten zwergen zu sein das ist jetzt hier und er ist ein legendary zwerg legendary trapper das ist natürlich wieder ein super super skill den wir jetzt haben nicht aber ja das anscheinend unser mehr jetzt ich glaube wir hatten vorher noch kein mehr genau dann kann ich jetzt auch diese mehr mechaniken hier mal erklären weil ich glaube wir hatten vorhin noch kein oder ich bin mir ganz sicher also erst mal der mayor ist einer von den nobles die hier einen besseren raum brauchen wir seht der anscheinend noch gar keinen raum aktuell das heißt ja gut dann werden wir das erstmal in heutige folge machen also werden handeln uns um die mehr kümmern und uns um den trapgang kümmern ich denke das sind drei gute themen für die heutige folge genau das ist das ist das erst mal was wir heute machen werden in der regel merke ich jetzt immer am anfang meiner meiner anfänger ganz vieles an deswegen möchte ich es auch anmerken sollte hier gerade eingeschaltet haben und keinen plan haben wo ihr hier gelandet seid das ist mein wort das anfänger geht das ist quasi so eine continuous play flow serie also das ist zum nebenbei selber nebenher spielen quasi gedacht so mehr oder weniger ich habe auch ein playlist mit kurztipps videos aber ja wenn ihr kein plan habt wo ihr hier gelandet seid keine sorge ihr könnt ihm gerne hier nebenher spielen allerdings würde ich euch dann dazu empfehlen oder dazu raten da oben in der ecke so da oben über mir irgendwo in der ecke auf die playlist zu klicken mein wort das anfänger geht da könnt ihr entweder bei part 0 oder bei part 1 wird einsteigen part 0 ist bevor ich die welt generiert habe und part 1 ist halt danach nach dem embark einfach genau gut so und für die von euch die schon länger dabei sind und noch kein abo da gelassen haben ja schande über euer haupt nein keine ahnung ist nicht schlimm aber ja falls falls ihr mich unterschließen wollt lasst mir gerne ein abo da an den rest von euch genau oder auch an die leute die jetzt hier neu dabei sind und irgendwie gerade verwirrt sind warum sie hier gelandet sind wie immer das was wir heute machen werden wir fangen an mit dem handeln würde ich sagen und zwar die ersten menschen scheinen hier gerade einzutreffen guckte masterpiece ok sparring damit unser mehr und den können wir uns auch gleich nicht sein containing item ja das wissen wir ja deswegen hoffen wir jetzt einfach mal dass unsere menschlichen folgen das ja alles ach so sind die trade goods von von den menschlichen freunden hier kann ich wohl hier so wir werden erstmal ein paar eigene trade goods hierhin schleppen nämlich berls wahrscheinlich der mit fischbärl interessant das wirklich ein exklusives fischbärl und zwar wenn wir das so machen wie ich das ganz gerne machen entweder wir werden jetzt wirklich finde kurz verkaufen das ist eine variante oder verkaufen ihn einfach wie ihr seht contains four items also sind vier stücke essen drin die aber irgendwie um die 6000 wert sind die matisse prepared food barrel ich werde es einfach mal so lösen das ist eine meiner lieblingslösungen um hier schnell an trade value anzukommen ich weiß gar nicht ob das in der classic version auch ging ob das da auch so bastelten komisch war dass man hier einzelne food items für absurde preise verkaufen konnte aber ja wo es hat eine ganze ticket haben das ganze news und reviews das pack wir nehmen auch noch ein paar finish gut bin aber gut bin sehen sollte das essen wieder erwarten doch nicht so wertvoll sein wie wie man evaluierender zwerg gibt also wie mein zwerg weil das bin jetzt tatsächlich ich persönlich groß in der festung wie ich mir das gedacht habe dann können wir in demnächst so ein paar finish kurz andrehen von der aktuell gar nicht mehr so viele haben glaube ich über die bin ja auch noch und vielleicht die hier noch so passt das erst mal machen das mal so würde ich sagen genau wunderbar dann werden die sachen ist dass mir hingeschleppt die menschen dennoch am auspacken hier gerade an der stelle ich habe nur uns einen neuen namen für einen zweck nicht vergeben darf allerdings habe ich mir den diesmal nicht aufgeschrieben weil ich einfach jetzt gerade dachte schnell aufnehmen ist eh nur ein einzelner name auch also keine sorge du wirst dann der nächste folge benannt mein lieber wer auch immer du warst ich hab's gar nicht am schirm da werde ich in der nächsten folge hoffentlich daran denken und dann passt das ich würde gerne auch wirklich eine sache nach der anderen machen deswegen werde ich jetzt erstmal nicht hingehen und mit dem mehr mit mehr mäßigen klar oder kam es anfangen sondern wir werden erstmal wie gesagt eins nach dem anderen werden wir jetzt hier schön brav hingehen und erstmal runter runter handeln und dass man hier ab abtraten abhandeln und dann waiting one item so eine sache fehlt noch das bringst du bestimmt ja wer ist das denn hier ach auch ein unbenannter zwerg okay ich habe so viele zwerge dass nicht mehr nicht mehr wirklich alle benannt sind deswegen ist es ein bisschen weniger wenn die weniger so witzig dass man jetzt hier auf jeden zwerg drauf gehen kann und direkt weiß so aha der ist das aber der liebe wir haben hier der liebe morpheus zum beispiel der ist das das geht es nicht mehr bei jedem zwerg damit ein paar namen fehlen das macht ihr nichts so broker requested no job trade depot der kommt uns anmarschiert hier unser broker beziehungsweise ich da ist ja schon da nicht das ja da ist der zwerg wunderbar so der moment in dem der elefant das wasser lässt wo ich sehe glas wird gerade sagen wir werden sehen ob der trader glas dabei hat und ja das hat er wir kaufen alles davon bitte ich möchte um den glas haben wir werden wir werden also auch das heute auch dieses mysterium in der heutigen folge vorgelüften was zur hölle das rasot für ein komisches gitarrenmäßiges instrument ist oder bass instrument ich weiß nicht ja gut kommen nehmen wir hier mal native gold blocks das gold also ich wollte gerade sagen die anderen nehmen auf jeden fall mit weil die kosten ja nichts aber gold für 150 gold ist ein guter deal glaube ich nickel warum nicht cut gems sind auch relativ günstig warum nicht nehmen wir hier mal ein paar sachen mit so ein bisschen stein schuhe warum nicht waterscan ein billiges instrument nehmen wir mit einem nicht ganz so billiges instrument eventuell auch wir haben eigentlich mittlerweile eh schon relativ viel geld deswegen und ich würde gerne ein bisschen mehr welt exporten damit eventuell bald mal ein paar angriffe kommen damit wir hier auch mal ein bisschen combat action haben die island try ist mal ein bisschen zu teuer nickel cage ist ein cage den ich selber herstellen muss ist aus metall ist auch ein bisschen schwerer als ein holzkäfig aber nehmen wir auch mit bush master wenn und was war das ein bush master das klingt so wie so der neue bush master 9000 das ist dann so ein machete oder so vielleicht ist das gift für auch die bush master machete oder so nein keine ahnung ja das ist wahrscheinlich irgendein tier fischer berry wine ok ja gut ich würde sagen spitzhacken nehmen wir noch mit wir nehmen einfach mal die eisenspitzhacken mit weil die ist teurer wertvoller freuen sich die zwerge ein bisschen darüber ich bin sonst immer als training training axe nimmt auch eine mit ich bin sonst eigentlich mal jemand der gerne ein cheapskate und dann hier hingeht und die günstigsten zahlen kauft uns aufräumen aufgepasst beim eierkauf das ist ein große schuhe also large large alpaka wohlschuhe large large ich kann das wort kann ich auch sprechen ich glaube ich muss ein bisschen zu trocken wie auch immer also das sind große socken große schuhe eure zwerge können die können die nicht nutzen also können sie eventuell sogar schonen aber sind dann nicht glücklich weil das sind halt für menschen sind so so und zwerge sind so eine halbe portion quasi nur demnach kann euer kleiner zwerg die großen klamotten das ist ein bisschen so als würdet ihr als kind die klamotten von erwachsenen anziehen die schlammern also überall um den boden und so das dann so nicht so angenehm für die zwerge wenn ich überraschen wenn die überraschen ist das nicht so mega angenehm deswegen menschliche klamotten sind in der regel ein no go aber zum beispiel also eine kiste hier kann man kann man kann man machen kann man nur mitnehmen den sandbag nehmen wir auf jeden fall auch mit den hier auch weil die haben aktuell keinen sand flachssamen schuhe flachs kann man auf jeden fall auch verarbeiten zu stoff hanfsamen um unsere hanffarmen hier noch ein bisschen ich glaube ich habe hier schon eine handfarbe ich meine wir haben hier irgendwo anfang gepflanzt das kann man wunderbar zu stoff verarbeiten deswegen nehmen wir auch davon noch ein bisschen mehr mit reis das immer sein ja ich würde sagen ich kürze es hier mal ein bisschen ab wir kaufen noch ein bisschen was an an stoffen stoffe sind wir gerne gesehen kaufen einfach ganze ganze bins davon value von 2000 oder mal da muss ich aber nicht viel nicht viel vorhergeben die lever bins sind auch extrem günstig ich glaube stoffe erfahrungsgemäß kriegt man immer zehn trilliarden stoffe und leder bins hier angekartet also ich zumindest krieg immer richtig ja es ist also genau wie in meiner off-camera festung auch ich weiß nicht warum immer so der mass viel leder mitbringen ich hätte gern noch ein bisschen spinnen leder spinnen leder vor allem also spinnen spinnen stoff klopf oder was das ich weiß gar nicht genau chicken lever ein bisschen mehr leder nehmen wir noch ich glaube ich sehe gerade keinen keinen spinnen stoff stoff aus spinnenweben oder war das ist wie gesagt eine andere art von stoff die man wie im letzten part glaube ich ausführlich erklärt habe wenn ich mich recht erinnere bei bolts kommen auch die sind halt extrem gut für schlag mich tot also gehörte versich ich bin überlegen was ich sagen wollte oder will ja die sind halt gut für für strange moods denn wenn er hat strange moods werk der meinung ist er will spielt bei den stoffen sind die mega spezifischer wird spezifisch aber wir kaufen ein bisschen fleisch rum nicht er will unbedingt schlag mich tot also diesen spinnenstoff haben und nicht nicht anderen anderen kram dann habt ihr habt ihr da verloren sag ich mal weil wenn ihr es beschaffen könnt wird eure zwerg wahnsinnig werden und am rad drehen das so relativ günstig ein bisschen was hier vom mit warum nicht wir kaufen ein bisschen dies müssen das ich habe das geld 8 perfekt robert alpaka kennen das ist auch alles nur nur normaler normaler freizier schwarz gehört okay kurva ist immer noch kurva mit diesen günstig keine ahnung die sind schon die ultra dekoriert sind sind sicher so teuer hier ist auch relativ teuer den wir brauchen wir mit warum nicht splints nehmen wir den teuren mit ich weiß nicht wenn carving und boning knife irgendwas brauchen hier carving und slicing oder whatever pudding stone pestle das finde ich natürlich wiederum als witz vom namen her wo wir können uns den kodex kaufen immer wir kaufen das parchment sheet schon mal den kodex nicht aber das parchment sheet haben wir später selber bücher schreiben können denn die papierindustrie ist auch noch eine sache die ich hier definitiv später noch cover möchte und was ich gerade vergessen habe jetzt kommen wir kurz hoch ist ich werde mir eventuell ein paar sperre kaufen ich glaube pikes sind auch sperre ja gut die haben nur eine pike nehmen wir die bronze pike trotzdem mit ich glaube das gilt als sperr ich glaube eine pike ist keine pike in deutschland eine pike ist und so ein axt sperr für die von euch jetzt nicht wissen oder nicht wussten eine pike im englischen also eine pike ist glaube ich aber auch so ein sperrstock ding nehmen wir trotzdem mit und dann würde ich sagen ja dieses prepared food barrel könnte haben liebe freunde habt ihr schon mal 1000 profit und dann das haben wir in der finish kurz bin drin habe ich irgendwas drin was ich unbedingt behalten möchte schauen wir kurz nach ansonsten die limestone jugger eventuell würde ich ganz gerne behalten jackson ganz nett für so manches wir drücken den ziel noch ein paar kraft in die in die hände dann passt das die jack bitte nicht möchte gerne behalten genau das würde alles haben ja liebe freunde liebe menschlichen kameraden und freunde haben die welche 50 prozent overpay beinahe die 50 prozent bei 2500 weil es eher so richtung künftaus geht merke ich gerade ich würde sagen wir geben auf 2000 ungefähr ja 2041 das sollte passen die manerasot strings aus zilber mal die kriegt er nicht also hallo ich bin nicht größer also trader profit 4000 hallo ok fragezeichen was 4000 wie gesagt bin ich größer ist was das für ein counteroffer jetzt ist das ist ja das ist eine beleidigung das ist ja kein offer das eine beleidigung das hat nichts mit dem angebot zu tun ist einfach straight up eine beleidigung hast du das nicht drehe ich gerne noch ein bisschen mehr also wenn ihr so ein fans overpay ding wollt dann meinetwegen könnt ihr hier dass das barrel haben das für 3000 dann habt ihr jetzt hier 5000 euro pay da muss aber hier gut sein also dann schon ziemlich stocks für euch jetzt ja das ist jetzt schon ein ziemlicher stockstil ja ich glaube ich habe alles aber alles abgewählt was ich jetzt nicht ausgewählt hatte selber hoffe ich mal ja also wollte gerade schon mal sagen ja also hallo hier ich gebe ich meine wertvollen rasort strings aus silber also wo sind wir gelandet so haben wir das hier als order drin ich würde sagen wir fangen wir machen das wirklich jetzt hier alles der reihe nach genau make rasort plektrum haben wir als order drin und zwar wird das im glas maker workshop hier glaube ich reingekut jetzt besitzen wir glas erstmal soll ich kurz vorher noch was anderes machen nämlich nur trader needed move goods wir dürften noch ein barrel haben ja und wir dürften noch ein paar bins haben durch und durch und durch die schicken wir kurz alle wieder zurück auf ihre entsprechenden stockpiles genau wunder prächtig dann haben wir dazu weit und jetzt würde ich sagen schnell hier runter unter düsen weil diese task hier ist definitiv die ich glaube ich an arbeit oder zehn arbeit oder sie gar nicht in arbeit ich meine müssen aber sein klo 4 manager ok ok ja komm ich würde gerne hier jetzt in arbeit wo wir haben glas ja wir haben dieses glas wir können sie loslegen wir werden jetzt zwei rasort plektrum herstellen und dann ist gleich was das für ein instrument ist er nimmt sind sowieso holt das sind wir haben wir haben noch wirklich glas in der festung auch erstellt lieber erstmal separat aber du musst das wird das aus sanddreck in die form vom glas geformt oder was da war es auch sogar wichtig dass ich den salz gekauft habe anscheinend also wird das hier gleich ein rotes rotes glas plektrum wahrscheinlich werden vielleicht ja wohl green green glass aus rotem sand haben wir die glasbläser hier in diesem video in kommentaren oder in den zuschauern geschaut und dann haut mir gerne mal die kommentare ob aus rotem sand grünes glas wird das halte ich mich für unrealistisch aber mein wegen wir so fallen die kraften green glass rasort plektrum rasort plektrum plaques so wie instrument also wie ein echtes plektrum auch logischerweise dann würde ich sagen finden wir jetzt mal raus instrument das wird noch nicht registriert hier von meinem menschen also von mir quasi das ist irgendwie direkt hier rüber geholt oder was habe ich jetzt reingeholt ich weiß nicht genau was mit unserem plektrum passiert wer hat es genommen oh mein gott ist verschwunden hast du das ja er hat es okay den namen kann ich nicht vorlesen aber er in dieser zwecke hat es ja als sie hier eingestockpilt dann müssen wir es jetzt haben den namen darf ich nicht vorlesen glaube ich sonst ist youtube mir böse high priority bitte einmal hier rasort assemblen ich will wissen was das für ein instrument ist danach können wir gleich in aller ruhe noch ein zweites rasort assemblen aber das ist erstmal hier priorität nummer eins wir finden es heraus was zur hölle es auf sich hat mit dem rasort also wir haben ein micro clean also ein stein rasort frame ein dog bone body also der 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 korpus des instruments aus knochen der rahmen ist aus aus micro clean aus stein einfach wirklich ein sehr zwergiges instrument die seiten aus silber also aus metall in dem fall aus silber und ein plektrum aus glas also ich habe absolut kein plan was soll das instrument sein soll aber wir werden es gleich herausfinden finden man die leute ist das eine harfe macht das sinn eine harfe mit dem plektrum also erstmal eine harfe überhaupt mit dem plektrum a das und b eine harfe mit dem plektrum aus glas und seiten aus silber so wir finden das wir sind exakt also wir finden es heraus was es ist wir sind exzeption exzeption im micro clean rasort the frames made from exception exzeption die wort mich auch clean ja okay doch bauen strings aber das wissen wir schon mit form so das ist ein huge stationery metal string instrument über stone frame in the bone body also es ist wirklich eine harfe glaube ich mit strings suspended ausmacht sehen weil das ding wiegt ja in die 10 10 kilo oder so heißt wiegt nur 10 kilo hat hier die 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 quetsch die quetsch harmonika oder wäre das das ding hieß die wir vor ein paar folgen hergestellt hat die nicht wie viel vier mal so viel gewogen und war aber nicht stationery sondern so handheld sehr eigenartig anyways the strings are suspended from the frame down to the body and the musician picks the four strings also wir haben nur vier strings wir haben nur vier seiten und die werden mit einem glas plektrum gepickt tuning is accomplished by packs also wie bei einer gitarre quasi tuning is also possible using small levers das liegt sehr zwergig sondern wir haben wir haben so tuning packs über der gitarre wo man so drehen kann aber wir haben auch so kleine so kleine hebel alles klar okay wie instrument has a four octave range okay vier vier oktaven mit nur vier strings interessant ach ich muss man sich das so vorstellen wir haben quasi nur die vier strings können den ton quasi aber nicht verändern aber das wird dann so gespielt ich glaube so ist das also man spielt das so quasi mit dem plektrum und dann hat man diese hebel und während man spielt bedient man dann wahrscheinlich mit der anderen hand irgendwie den hebel oder so was interesting the instrument has a four octave range going from an extremely low to a low pitch also das ist anscheinend so ein richtiges bass instrument anstatt eine bass harfe das ist schon anders dieses instrument irgendwie wie instrument has a noisy floating timber okay noisy floating ist das wirklich so eine so eine so eine raue so eine raue bass harfe gibt es sowas in echt das gibt es mit sicherheit nicht in echt ich kann nicht vorstellen dass eine bass harfe gibt aber in dieser feste gibt es anscheinend jetzt gut zu wissen ja gut dann hätten wir hätten wir das thema glas und instrumenten herstellung ist erstmal abgeschlossen vornau würde ich sagen diese frage war schon seit ein paar folgen offen sag ich mal dann würde ich sagen was habe ich gesagt machen wir weiter mit dem manager und mit diesem wunderprächtigen gang schon mit dem mayor also mit dem mit dem bürgermeister genau dann machen wir es weiter also bevor ich den raum für den bürgermeister baue werde ich euch jetzt erstmal ein zwei dinge verraten über den bürgermeister nämlich der bürgermeister und auch später andere nobles also zum beispiel weiß ich nicht später noch den könig und die königin oder also man hat nur eins und man immer entweder ein könig und königin da gibt es noch barone und na also edles blut quasi blaues blut blaublütige zwerge dann später die und auch der mär hier also der bürgermeister das sind alles zwerge die haben das sind sind die ersten zwerge denen für euch diese beiden dinge hier nutzen werden also diese beiden felder wo man maus gerade drauf ist neben dem der roten truhe quasi diese beiden felder ich bin mir gar nicht sicher was aber was was ist ich glaube dass das fällt hier ist glaube ich also sie werden fahrt also sind quasi mandatsfelder sag ich mal über diese felder geht dann der mär alle paar monate mal wird er euch aufträge geben zum beispiel kann es dann ist euch sagt du sollst bracelets also in meiner anderen festung das ist ein gutes beispiel hat er mir immer alle paar monate gesagt haben erstellen erstellen mal drei bracelets her also 33 armbänder quasi weil der war ein fan von also ihr werdet erkennen das was er euch sagt und vorschreibt sind so entspricht seinen vorlieben wir können also gleich mal schon mal versuchen rauszufinden was er uns wahrscheinlich ist gleich also als mandat gegeben zum beispiel sagt er dann stellt bracelets her oder stelle dinge aus silber her oder stelle dinge aus irgendeinem anderen stoff her oder stelle hafen herber also also rasort instrumente was auch immer zum beispiel ist so wenn er eine bestimmte vorliebe hat wird er euch das wahrscheinlich vorstellen dass sie dann wieder sich ein mandat stellen sagen wir stellen wir das her ihr müsst das nicht tun wenn jetzt aber nicht tun wird der traurig weil er sagt dann so aber ich bin hier der chef wieso macht das kann wieso hat keiner auf mich und dann wird halt zärt und traurig und ja pro tipp wenn ihr einen nobel habt der dinge machen will die ihr nicht wollt sage ich mal also sprich wenn ihr nobel habt ihr sagt hör mal ich möchte keine ahnung der sagt dann alle paar monate stellen wir ja irgendwie irgendwas aus an ob aus an ob tenium her aus adamantium stellen wir alle adamantium schilde her oder sowas und ihr wollt eure an ob tenium quasi nicht verschwenden eure wertvollen ressourcen nicht verschwenden dann könnt ihr den einfach mit dem warfen atomizer dazu habe ich ein separates kurz das ich jetzt mal vielleicht hier da oben gerade wenn ich da drinnen kann an dieser stelle mal verlinken werden den könnt ihr einfach atomisen und weg smashen und dann hat der nächste mayor hoffentlich bessere ideen als eure ressourcen zu verschwenden das ist glaube ich übrigens hier der hammer oder andersrum also eins von beidem entweder das ist die truhe oder hammer das andere icon wiederum sind auch mandate quasi aber das sind so verbotsmandate zum beispiel sagen die dann du darfst irgendwas nicht herstellen ich glaube nicht herstellen geht auch nicht sicher aber was ich auf jeden fall sagen könnte ist du darfst irgendwas nicht exportieren zum beispiel dieser bracelet fetisch ist euch mal der hat immer gesagt stelle brestens her mach 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 dann dachte ich mir so junge ich habe viele brestens ich jetzt verkaufen kann und dann kam immer kurz bevor die handelsgarawane kam export auf brest jetzt probiert mit anderen worten du darfst nicht mehr exportieren also darf die herstellen du sollst die herstellen du musst dir erstellen aber du darfst nicht exportieren und ja das war dann blöd aber das dann halt so wir können mal gucken was der liebe kolle ist zum beispiel will bevor wir dem jetzt einen raum bauen kann man ja schon mal versuchen zu erraten was der dann gleich haben wollen wird oder was auch mal so great sense of empathy language good memory and good intellect short of patience das ist natürlich schon wieder ganz tolle neugigkeiten wenn wir dem also seine wünsche nicht sofort erfüllen wird er wahrscheinlich extrem schnell angry werden und wütend so value in the preference ist glaube ich shale black shale black bronze torquoise citron citron wood wood ok also zitronenholz clown loge tooth ok ok also wir müssen wahrscheinlich bald warhammers warhammers hedge covers bracelets leopard geckoman ok ja also wahrscheinlich warhammers hedge covers und bracelets wird er uns wahrscheinlich bald vorschreiben dass wir das herstellen sollen so kann man das theoretisch schon rausfinden bevor der einem jemals irgendwas irgendwas hier zugewiesen hat irgendeinen job sag ich mal da kann man halt schon mal gucken und ich würde sagen den quartieren jetzt hier noch irgendwo ein wir haben wir in diesen einen raum schon ausgebotet interessant ich würde sagen wir machen das folgendermaßen wir quartieren am besten hier so ein ungefähr und das geht jetzt folgendermaßen also erstmal kurz auf die liste und ich erkläre euch warum also der mayor zum beispiel andere nobles also wie gesagt vor allem blaublütige nobles wieso die bisschen schwieriger einzukartieren sind es ganz einfach wenn wir jetzt hier mal über irgendwas von den roten sachen darüber gehen sehen wir hier no study needs diesen study no quarters needs diesen quarters no dining room needs diesen dining room und wenn wir jetzt hier nur kurz über die truhe gehen der braucht zwei kisten ein cabinet ein weapon rack und ein armustand also steht hier oben da wo diese orange text da ist das da steht das und was das ganz einfach heißt ist der hat nichts also der weil er der meinung ist er ist besser als alle möglichen anderen zwerge will der zwangsläufig bestimmte dinge in seinem raum haben bestimmte luxusgüter sag ich mal deswegen werden wir seinen raum zu müssen vergrößern beziehungsweise wir machen ich würde sagen wir machen seinen raum einfach mal drei räume groß überlegen wie viele räume wieder haben 3 1 2 3 ja und die turm würde ich ihm jetzt hier nicht reingeben würde ich zum beispiel sowieso ganz woanders hin bauen persönlich deswegen machen wir das mal so wir geben dem jetzt hier diese drei räume und ihr könnt theoretisch auch räume überlappen lassen übrigens also ich könnte zum beispiel sagen über dieses zonenmenü könnte ich jetzt in dieses schlafzimmer als beispiel für diesen zwerg hier könnte ich jetzt auch eine dining hall mit rein wurscheln und noch irgendwie ein office und nein ich schon mehr mal ganz oh nein ich wollte die ganze haben kann man jetzt jetzt kommen so viele mal ganz oh gott oh gott oh gott oh gott das ist aber schon viele viele mal ganz ja schon drei stück ok jesus person person ist schon mal sehr gut den kann man das ist sehr gut aber das ist schon mal nicht wieder ein nutzloser beruf kein kind vor wie viele mal ganz sind das jetzt schon wieder in der kehrtäger 74 person erst mal gucken dass er nicht so dabei ist der muss uns eventuell gleich mal verschwinden den abgang machen schalt ein bilder okay schalt so gott wieso sind so viele sind 81 zwergen wir haben irgendwie erst 20 räume oder sowas ich sehe schon kommen den nächsten paar folgen müssen wir erst mal fett kommt keiner mehr was das erstmal ich wäre dem nicht abgeneigt wenn es das mal wäre das scheint auch zu sein wieso ist dieses donkey donkey fohlen jetzt hier ist ja gut okay dass das das wird es dann auch gleich hier schaffen zum eingang das ist eine sache jetzt also sagen wir das donkey fohlen zu kurz und sein und dann werde ich mich weiter site tracken lassen soll ganz unnimmig sein normalerweise noch wir haben in jaktpol noch ein wasser wird was haben wir hier alles empfohlen jetzt haben wir so viele so viele noch die tiere sehen hamster ich glaube irgendwie hatten hat ein haustier hamster stray kitten hallöchen haben wir noch nicht anderen kittens ja da oben okay jetzt jetzt gefährlich muss ich auch passen dass ich hier keine cat explosion haben am ende katzen sind gefährlich zum spiel ich bin zwar großer fan von katzen echt aber in so spiel muss man da sehr sehr die sind sehr mit okay dass ein männliches kätzchen auch ein männliches kätzchen solange alle katzen dasselbe geschlecht haben gar kein problem sobald eine weibliche katze hier eintrifft aber dann ist hier polen offen im wahrsten sinn des wortes okay bis jetzt nur männliche katzen lokater dann passt alles nur kater carlos genau so genau was ich gerade erzählen war man kann räume überlappen lassen allerdings wird der raum wert dann glaube ich sogar halbiert oder gedrittelt oder so oder sowas das heißt das ist wirklich nicht zu empfehlen das seien eurer raum ist wie 10.000 wert und selbst dann werden eure prüden nobles damit nicht zufrieden sein wenn sie wirklich einen ganz tollen raum haben wollen erstmal das und außerdem müsst ihr aufpassen dass zum beispiel dieser zwerg hier der kein nobel ist der jetzt hier wohnt und seine hennex hier auf dem boden liegen lassen dieser zwerg hier darf auf keinen fall einen wertvolleren raum als euren nobel haben auch wenn der nobel nach so tollen raum hat wenn ein normaler zwerg im besseren raum hat dann ist der neilisch dann sagt er ich bin doch hier der könig ich bin doch hier der macher der maka und wieso hat der messer raum hat sich so ja ist also sind halt nobles und die haben halt alle alle den schluss nicht mehr so ganz gehört aber wie in echt quasi die 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 schönen die reichen und so haben alle den schluss ich gehört das ist und da haben wir auch schon unser erstes mandat aber was hat er jetzt hier für mandat uns gestellt make warhammer also wie erwartet quasi ich muss sagen ich bin nicht so happy damit dass ich jetzt hier wollen was erstellen soll ich werde das einfach ein bisschen ignorieren ich glaube wir können den ein bisschen werden lassen ein bisschen angry werden lassen und dann dann passt das schon und wenn er uns zu 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 englischen meint hier machen zu müssen dann werden wir leider entfernen müssen und seines amtes entheben und in den wegsmachen das ist jetzt mein grober plan von weil ich habe jetzt wirklich keine lust warhammer herzustellen können die tür einbauen wir müssen bald jede menge räume herstellen aber oder herrichten aber wirklich jede 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 menge ja das ist unerwartet das ist plötzlich erst kam gar kein nobles schon gar keine keine migrants jetzt kommen kommen sie alle das kann auch passieren aber dann keine panik schieben wie gesagt zwerge sind relativ widerstandsfähig die müssen nicht sofort jetzt irgendwo einquartiert werden ich sollte uns die neuen zeige vielleicht mehr job mäßig zu weisen und das war vielleicht schlau zu den wichtigen jobs haben ihn noch einen neuen meiner gut kater hat auch den jenner den mj den haben wir noch gar nicht zu gewesen jetzt wird gerade machen wir so im kurz hand aber auch nicht ich glaube ich habe noch ein paar neue planter dich du bist kompetenter planter du auch ich sollte mir der manager du bitte nicht hast du ein paar mehr planter zwei fischer zweige sollten reichen paar herbalists sollten auch reichen stone cutter haben wir hier noch einen den wir leider nicht schade den grey waren wir leider auch keinen wirklich fähigen immer noch nicht kitchen duties brauche ich auch nicht noch einen weiteren dann läuft so weit glaube ich alles carpenter vielleicht auch nicht so mega fähig in seinem carpentry gerade crafter sieht auch okay aus jula ist ok gehen jetzt aber kurz die liste durch wenn sie noch ein potash maker den enno habe ich noch gar nicht so gewissen anscheinend metal crafter und smith passt so weit glaube ich ganz schön viele leute die sich hier mal am kleidungsherstellen probiert haben anscheinend das war glaube ich weil ich es eine ganze zeit lang nicht restriktet hatte wer das machen darf aber gut so das hätten wir soweit denn wir hätten wir jetzt erstmal wieder ein paar zwerge schon mal wieder zu ein paar jobs zugewiesen genau dann werde ich mich auf jeden fall dann um die räume kommen müssen aber wie gesagt als allererstes in der heutigen folge steht folgendes an nämlich den nobel raum quasi bezugsfertig zu machen genau so dass man hier kurz paar sachen abhaken den nobel raum machen gleich bezugsfertig for whatever reason wird hier nicht weiter gebuddelt okay aber vielleicht weil hier unten noch zugange sind auch mit dem smooten ja gut dann werden wir einfach trotzdem schon mal anfangen den hier langsam nach und nach bezugsfertig zu machen wir sind mal so luxuriösen geben mir sogar türen ja wir sind so fein und geben dem die türen zwischen dem raum normal das macht das meistens nicht aber warum nicht so dann braucht er einmal ein schlafzimmer glaube ich das schlafzimmer wird normal so lässt darum würde ich sagen ja schlafen machen zum letzten raum zum schlafzimmer dann kriegt der liebe freund hier einmal einen high quality stuhl am besten den pinion stuhl zum beispiel den kriegt er ist ja weil er mehr wert ist und wir müssen jetzt hier den den wert des raums hochpusten das ist einfach der einfache grund den fabel zu passenden pinion tisch oder was das fabel also materialtechnisch dazu passenden tisch warum nicht das natürlich auch nicht dumm genau hier kriegt er auch noch einen tisch hin das wird dann hier sein office werden dann bauen wir eben einen schönen überlegen ob ich irgendwie material ob das er mochte ob ich glaube der hatte eben nur so ganz spezielle materiale die der mochte ich spezielle holzsorten oder sowas ja und dann noch mal hier noch ein holzstuhl warum nicht das war auch kein holztisch nicht mehr genau bayberry wood holz und holz ist immerhin derselbe materialtyp die menschen genau die waren dann jetzt wieder zurück zur eigenen festung jetzt anderen raw fish passt schon kein ding soweit so gut dann kann ich das bettchen hier auch auch schon mal platzieren wunderprächtig das kommt schon hierhin ein plan wird bett und jetzt werden wir das ganze natürlich nachdem es jetzt hier komplett ausgebotet ist bezugsfertig machen und bezug fertig machen ich demonstriere ich das einmal einmal kurz an der stelle sieht alles rot gerade das orange heißt um es läuft das ist noch nicht erfüllt haben deswegen dass sie gerade orange mit dem meg roheimers rot heißt aber das ist gerade gar nicht erfüllt haben wenn ich jetzt zum beispiel wenn die und das den bedroom ist hier sein und so accept und jetzt sage dieser bedroom ist bitte für unser mehr der anscheinend direkt einzigen seiner frau oder sowas ja anscheinend oder sein bruder das ist dann ist das schon mal gelb weil es hat am modus quarters aber auch diesen quarters das heißt er ist schon mal ein bisschen weniger unglücklich weil er hat jetzt schon mal er hat schon mal quarters aber er hat halt weil es ist noch mehr sinn das ist das ist das office du kommst rein ins office ich meine es muss es nicht irgendwie logisch sein logischerweise aber das ist hier sein office und dann ist nicht dining hall sondern oder ist eine dining hall oder ist eine dining hall kurz überlegen und das ist dann seine persönliche dining hall so wie bereits gesagt die dürfen nicht überlappen die zone was hier überlappen darf sind die wände oder auch diese tür hier zum beispiel die dürfen durchaus überlappen das gilt nicht als überlappender raum weil logischerweise das sind nur die wände die dürfen überlappen aber jetzt wenn ich jetzt zum beispiel hier eine karte diesem raum weiter hier ein zeichnen würde würde sagen der raum überlappt und dann kriegt man hier ein negatives ding dass das die räume überlappen und kriegt diesen 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 malus quasi diesen diesen debuff dass der raum weniger wert ist also wir brauchen noch zwei chests genau ich glaube wir haben gerade einen chest gekauft deswegen haben wir das eventuell auch alle schon hier ich würde sagen da kriegt einfach mal ja wir müssen alle räume von vom wert her boosten deswegen würde ich sagen hier kommen einfach mal zwei chests rein ja wir haben aktuell nur eine dann würde ich sagen stellen wir die platte eben schnell noch kurz einher aus stein vielleicht stein da so ich glaube ich glaube ich make rock koffer ist es glaube ich make rock cabinet für auch noch ein cabinet natürlich käme jetzt brauchen wir ein cabinet ein koffer und ein weapon mit einem armor stand machen wir mal den web aus holz vielleicht weapon rack und armor stand und ich wäre geneigt eine statue herzustellen um einfach noch ein bisschen mehr value in den raum einzukriegen oder in die räume einzukriegen ich weiß noch nicht woraus aber wir schauen mal ich weiß nicht ob wir das heute überhaupt noch schaffen mit dem fallengang was haben wir denn hier ein bars haben wir genug zu aktuell iron bars haben wir der menge iron bars wir ein paar silber bars im körper war es so säufer säufer auf jeden fall sei haben wir auch noch eine ganze menge jetzt hier auch ein bar mit uns ich würde mich stellt aber aus eisen her ein eisen status dann ist ein mega viel wert aber ein bisschen was deswegen warum nicht make iron statue wir stimmen zwei stück her just in case dass wir mehr als eine brauchen zwei eisen statuen wenn ich habe die einfach auf lager für einen anderen raum nehmen wir dann wertvoller machen müssen natürlich auch den raum stehlich nur smoothen und alles und so weiter und so fort und engraven hier sind wir auch fast durch mit dem mit dem smoothen da müssen wir logischerweise noch die fortifications reinkarben aber das machen wir zu einem späteren zeitpunkt würde ich sagen ja das sind die traps glaube ich in der heutigen folge nicht mehr was ich schon mal anmerken kann um eine von den beiden fragen die ich zu den traps gekriegt hatte zu beantworten aber das hatte ich in den kommentaren eh schon beantwortet aber ich dachte mir ich packe es in diesem video auch noch mal kurz definitiv auch noch mal rein ist folgende aussage oder folgende tatsache aber ich wurde gefragt bei den cage traps wie man denn dafür sorgt dass die quasi nachgefüllt werden und dass die wieder einsatzbereit sind wenn jetzt hier irgendwas reinmarschiert ein goblin was auch immer in so einem cage strap der marschiert hier rein und wird dann hier zack eingefangen und dann ist da so der gecage goblin im cage der cage liegt dann hier quasi sobald die gefahr hier weg ist und ihr ihn wieder aufgemacht habt kommt dann eure zeige hier reinmarschiert oder von außen wo er war und dann hier halt entsprechend hin grabschen sich den gefüllten goblin käfig und schleppen den auch irgendeine käfig stockpile aber man kann bei den stockpiles anmerken das ist das man kann man kann man kann bei den stockpiles anmerken wenn ich ihm auf kasten gehe kann man glaubt und dass das nur ich was richtig wenig kurz ich bin auf der suche animals da man kann anmerken dass man hier zum beispiel im ticket es erlauben möchte oder nicht wenn die mt cage das stockpile hat erlaubt habt dann wird auch die stockpile halt werden auch leere käfige dahin gestockpiled ansonsten müsst ihr hier in diesem animals menü zum beispiel wenn ich sie sage artworks dann werden käfige mit einem artpark das ist ein vogel soweit ich weiß ja also käfig mit einem artpark drin und die werden dann halt entsprechend umzusetzen dazu kann ich der vogel ist kein fantasievogel den gibt es soweit ich weiß nicht so wie irgendwie dass das erste wort um uns im englischen diktonary also im englischen duden quasi das ist irgendwie zwei arzen aneinander habt ihr habt ihr habt ihr heute wieder was dazu gelernt für die von euch das nicht wussten gibt irgendwie auch lustige mr beansketch zu ja also käfige mit artparks werden entsprechend auf dieses stockpile darauf gestockpiled ansonsten halt nicht und wenn ihr zum beispiel sagt so jo alle also wenn ihr einfach sagt all alles dann werden sowohl leere käfige als auch leere animal traps als auch alle möglichen tiere hingestockpiled ansonsten könnt ihr auch sagen ich will nur goblin stockpile haben oder oder und sobald halten stockpile habt für goblins was auch immer was ihr halt im käfig habt wird es dann hingeschleppt und solange ihr einen leeren käfig habt wird auch solange diese trappi accessible ist also solange hier einer irgendwie hinlaufen kann durch den gang hier oder von außen oder woher auch immer wird dann früher oder später ein findiger zwerg marschieren ein ich glaube mechaniker eine regel und wird dann hier ein neuer einen neuen käfig in die falle rein installieren und ihr müsst da nichts machen also die sind nicht irgendwie menschen der w da müsste gar nichts machen die versorgen sich quasi von selber beziehungsweise die zwerge versorgen die von ganz alleine da müsst ihr nichts machen aber ich glaube unsere truhe wurde noch hergestellt hier leider doch jetzt gerade hergestellt dann können sie sich installieren ja aber so geht es mit den nobles ihr müsst dann hier halt entsprechend hingehen und dann installieren so limestone koppers dann haben wir gleich unsere zwei truhen ich glaube das zählt ist sogar schon als zwei truhen wie ihr seht das ist nicht mehr nicht mehr so orangelich bräunlich oder war sondern ist jetzt halt weiß weil das ist erfüllt mit den truhen aber der rest ist halt noch nicht erfüllt deswegen leuchtet er immer noch so unter military übrigens findet ihr weapon racks und armor stands die sind for whatever reason unter einer anderen kategorie als als die anderen sachen wo wir haben wir haben ein eine art fakt theoretisch installieren könnten dann könnte man natürlich den welt in stelle richtig fett richtig fett boosten ja aber ich würde sagen sparen uns auf also der mayor ist es nicht einer von den nobles der wirklich richtig richtig krass richtig richtig krass value in seinen räumen braucht und ich darf schon mal verraten weapon racks und arm stands sind gebäude die auch später andere nobles in der regel vielfältig noch haben wollen sie wollen meistens sogar mehr als nur ein weibler haben und nein oh wir haben ein problem wir haben ein problem an die leute mit planes titeln das ist tatsächlich jetzt so eine sache das ist unser erstes forgotten bist dieser fest und das schmeißt gerade ein bisschen durch 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 den wind durch die gegend wir werden gleich mal insel die pausen also wollte ich auf ok gehe ich glaube insel die anpaust ja so okay ja gut von gotten wie es mal die mörder was ist ein forgotten wie funktioniert das und so das dürfen wir uns heute hier genau angucken interessant also erstmal kurz nach jetzt hier also ich will sagen man das erst mal kurz zu ende das werden wir zum kurzen ab frühstücken weil danach kümmern wir uns um uns vorgarten wie ich bin ziemlich hype ich habe meine andere feste noch kein einziges andere kein einziges überirdisches forgotten bist gehabt die können mich auch von anderen orten kommen wo die musik ist cool den musik habe ich noch nie gehört das ist weil sie sind überirdisches forgotten wie es gekommen ist also was und ist der neue da kommt mir wie neu vor um mich ziemlich weiter stecken zu lassen wir sehen haben wir zum beispiel das mit den chefs erfüllen aber aber stand cabinet fehlt noch und die räume müssen sich noch upgraden das macht natürlich als gleich denn jetzt gibt es gerade wichtige dinge nämlich den planes treten hier der sieht ja mal ganz lieben freundlich aus so war gerade wie wir irgendwas also ich habe mir das gar nicht genau durchgelesen die haben in der regel bestimmte vision lost okay ja schon mal blind ist schon mal gut ankylosauri das sind ankylosauros oder was compost of coral als korall aus korallen ok das large mandibles and it moves about carelessly beware its deadly spittle kann das kann das spucken oder was spittle ist das irgendwie spucke it is very weak almost never sick and very slow to tire so das scheint aber ein planes titan zu sein wie wir sehen das aussieht so wie so ein ja es steht ja auch ein ankylosauri das ist quasi eine art dinosaurie für mäßiges ding mit anderen worten es läuft über dem boden und wisst ihr wisst ihr liebe freunde was man machen kann mit fiechern über dem boden laufen richtig und kann sie kippen und was machen wir es genau das haben wir es nicht machen würde ich sagen und dann ja haben wir bald in in unserer in unserer case or case shop stockpile einfach mal ein forgotten wie es kann mir auch die kill 10 also kommen die kill 10 den kill count military kills vielleicht gar keine kills also vielleicht aber bis jetzt ein ziemlicher versager an sachen von gotten bist es ist ein rcs jetzt hier steht jetzt also scheint keinen kein geschlecht zu haben aber 300 jahre alt okay aber week gut dann würde ich sagen mögen die spiele beginnen oder so ähnlich erstmal werden jetzt kurz folgendes machen das wird wahrscheinlich unsere ganze tier hier draußen massakrieren das ist jetzt nicht so nicht so meine meine traumvorstellung oh play make believe liebe liebe kinder liebe kinder wenn ihr mir einen einen gefallen tun und bitte bitte schnell aufhören mit dem spiel damit ihr schnell in die festung reinkommen wir müssen noch kurz gucken dass wir jetzt hier unseren zwergen soweit erlauben soweit erlauben in sachen in sachen burro dass sie in unsere festung überhaupt rein dürfen für die von euch die nicht wissen was ein burro ist ich hab's eigentlich schon mal erklärt aber ein burro ist eine zone mit der man quasi restrikten kann wo die zwerge gehen dürfen das machen wir jetzt auch das ist definitiv so kampfmusik deswegen hab ich noch nicht gehört ja ja so so forgotten wie es kampfmusik kommt mir zu einem sehr danach vor wir repainten dieses burro jetzt und zwar entweder zu diesem bereich also ich hätte jetzt einfach erstmal ins burro alle bereiche innerhalb der festung und das wäre weiterhin dass das festungsleben quasi ich leben könnte weiter oder was du hast du nicht so dass sie oben das noch erden haben wir außerdem auch hier noch kleine reihe die wieder ein müssen die räume hier entsprechend werden auch alle geerdet bis zum boden hin so und es muss mir glaube ich ein bisschen was entfernt tatsächlich schalten radierer ein zwar entfernen wir unseren ganzen gang jetzt erstmal komplett hier soll nämlich keiner hin bitte genauso bis bis hier dürfte er bis hierhin dürfte liebe freunde und bis hierhin auch damit sie die die hebel noch betätigen können das ist wichtig ansonsten habe ich noch ein kleines bisschen in den räumen wo sonst nicht hin dürfen ja wir sind ich repaint das ist hier einfach alles hier dürfte natürlich auch hin also die soldaten dürfen hierhin ich weiß nicht ob die soldaten solange sie nicht ein spezielles order haben ob die sonst nicht aus den barracks rauskommen nach draußen ist jetzt natürlich nicht mehr und jetzt haben wir unseren ersten angriff und können halt das ist ein griff also es ist schon ein griff man ist ein forgotten beast so gesehen sind forgotten beast auch eigentlich viel viel stärker als als goblin armeen potenziell das ist auch ein relativ harmlos ist weil es aus korallen besteht also wenn ihr irgendwie so einen bronze koloss aus bronze habt pro tipp solange ihr keine stahlwaffen habt versucht die nicht zu töten dass wir nicht haben die stadt als alles andere preis quasi verabschiedet also stadt wochen gut so damit habe ich jetzt entsprechend eingezeichnet und der grund dafür ist folgender nein bitte nicht also bitte keine materialien von außerhalb des bros holen und alle zivilisten alle zivilisten kommen jetzt bitte in unsere festung rein und bleiben in der festung drin und gehen raus genau ja gut dann werden wir wenn wir wie gesagt der plan für die folge hat sich wenig überraschend ist gerade radikal geändert ursprünglich war es natürlich den den nobel also handeln nobel und was wir können glaube ich hier mal eben kurz casually sagen bevor ich vergesse assemble aber ich wollte eigentlich jetzt hier den gang fertigstellen aber wir werden ihn leider heute schon benutzen müssen deswegen müssen wir uns vertagen aber ich glaube ich halb so schlimm gut ich würde sagen wir fangen an mit folgendem unsere militärs bitte unsere menschens of affection unsere drei militärzwerge überlegen wo wir die hin positionieren wollen wollen wir den haupt eingangs platzieren erst mal das ist eine gute frage ich würde sagen wir warten erst mal was unser unser freund hier macht da kommt hier angehen angedüster jesus ok wenn ich hier schnell zu machen dann überlegen wenn ich hier schnell zu machen die kinder hier noch vielleicht geht er dann schnell direkt über zu diesem eingang hier das ist ein bisschen riskant es kann sein dass wir gleich kinder verlieren werden dass sie bei den kindern sterben werden ist jetzt kein allzu herber verlust ich klinge makaber aber kinder also kinderzwerge wird das spiel jetzt nicht so nicht so nicht so gerne gesehen generell einfach weil sie relativ nutzlos sind einfach deswegen würde ich sagen wir machen die haupt eingang hierzu deswegen habe ich da parat hier hebel für als möglicher unter anderem für den haupt eingang da kommen kann bitte jemand schneller den hebel ziehen ich bin auch ganz leicht am paniken hier gerade wieso hallo wichtig jetzt jetzt ziehen jetzt oder nie vorne ich habe mir hier fremste mit der punkt punkt hast du was das denn titan extract wir werden mal beobachten was ist hier passiert health no health problems ok kann das hier glaube ich sehen the jack bull is fighting but he jumps away the stray jack bull jumps away from the flying titan extract titan extract strikes the jack bull in the left front leg was zur hölle ist das oh mein gott kann das ding aus dem käfig rausspucken ich weiß nicht ob das ding aus dem käfig rausspucken kann wir werden diese erfahrung gleich gemeinsam machen nur wohnst und trieb mir nichts anscheinend also anscheinend kein schaden genommen so richtig also dieses tier wird übern sterben also kann ich schon sagen der jack bull hier also der wird sich mehr lange machen darf ich euch aus ziemlich zuverlässigen quellen verraten ist er schon tot da ist er noch ziemlich zuverlässigen quelle nehme ich meinem generellen vorwissen darf ich das verraten das was das ist ja homing das ist doch nicht homing ok es ist irgendwie aber er kann zu unserem winkel schießen ist auch irgendwie cool ok der jack bull hier ist verzweifelt am versuchen zu überleben kann bitte mal jemand den hebel ziehen also ich bitte euch liebe zwerge wer wer ist hier an kann ich sehen wer wer hier gerade den job hat den hebel zu ziehen irgendwer muss doch hier gerade du du kommst sie bitte ich hab's gar ganz lange die zeit laufen lassen wir werden hier die kampf sounds wo zur hölle ist der oder am jaktbulle und nein und nein der am jaktbulle ok er hat ihn jetzt glaube ich ja das also er hat er kuschelt gerade mit ihm ja also da ist nichts passiert da ist überhaupt nicht passiert dem jack bull jetzt was tust du wo kommst du her wieso bist du noch draußen ich hätte vorhin nachgucken sollen ob ich alle zwei hier drin sind ja wenn ich werde gleich ins infestium reingeschleudert wenn er pech hat ist dann halt so können die kinder uns auch mal rein alles prima dem geht's ganz toll dem geht's prima dass dieses timing ja also okay der fischerdorf dwarfs left foot skids along the ground and the path splits in gore dem geht's prima ja es war so klar dass was passiert also sein oberarm ist kaputt und sein linker fuß ist auch ein bisschen scuffed anscheinend den kannst du auch leider keine einsammeln das ist zu dramatisch er ist gutes bett er ist ein gutes plant ja ja er schafft er schafft vielleicht schafft das er muss nur oft in die medizinstation schaffen und wird er wird hier schwarz ich hoffe erst zu langsam dass er ihn vielleicht trifft der plane halten ja 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 das sieht gut aus kommt der runter ist so groß und sind jetzt fremstammt ja sehr schön genau gebraucht in den gang runter ja so ist das so schön genau das ist schon rein military squads und standby bitte ist schon ein bisschen zu spät eigentlich aber egal ja ich werde jetzt einfach schon mal sagen pulpo lieber bitte jetzt jetzt in den 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 hebel ziehen jetzt noch nie sonst haben wir gleich ein klick zu kleines problemchen wenn du bin ich gerade zu langsam weil muss ich ja machen wir so nehmen ein bräuchte ich wichtig dass ich den hebel schon längst ziehen soll wenn das ding ist gleich nicht in die kämpfe von reinstecken dann haben wir problem was ja das ist jetzt sind noch keine kämpfe drin das sind kämpfe drin das ja ja wir haben ein problem die kack zum dampfen bitte jemand den hebel hebel hier zieht ihm zwar schnell und zwar schnell nutzt mich link ich werde den hier rein tun aber nicht als important weil der muss unbedingt zuerst gezogen werden dieser hebel ist viel zu wichtiger als der noch hat er ihn gezogen ich glaube schon ja okay und jetzt den anderen hebel und dann haben wir hier dann haben jetzt hier unser projekt nehmen wir es mal so jetzt müssen wir auch keine verteidigung hier einbauen wir haben die die native die native verteidigung wir haben jetzt hier den heimverteidiger bonus oder so ähnlich so nenne ich das jetzt mal also solltet ihr euch fragen wie kann ich meinen verteidigungsgang effektiv so bauen dass das wir hier eine gute verteidigung haben ganz einfach keine fallen einfach einen planes titan er nimmt nach einem planes titan und der kommt dann hier rein und das ist dann euer neuer freund der lebt jetzt hier rent free zwischendurch kriegt er dann schon mal hapa 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 in form von ein paar goblins gar kein problem schnell die zu machen wir müssen noch kurz aufmachen ich spiele gerade mit dem feuer muss nehmen also das ist hier in der tat das stimmte feuer und ein bisschen zeigt unser fischungswerk online ich habe der fischungswerk mit jetzt leider leider gleich hier den exklus man jetzt vorhin ist ich weiß nicht wohin das lebt er noch mal voll simon lula ok also ist ich hätte ich bin ganz ehrlich ich hätte diese situation durchaus durchaus besser handeln können wo bist du mein freund oh ja dem geht es da ja auch ganz gut wir tun mal so als wäre nichts ja also wir werden unseren ersten tag verlieren das ist das ist leider so das kann ich jetzt leider auch nicht mehr ändern ich weiß nicht warum der hier nicht in die cage rein ist also das scheint leider ein schlaues forgotten beast zu sein es gibt forgotten beasts die steppen da rein es gibt welche die steppen da nicht rein das scheint eines der schlaueren ist das ein kind wie viele zwerge haben wir insgesamt verloren zwei oder drei ich habe ich glaube verliert also oder also ich glaube verlieren sie drei zwerge insgesamt ich glaube der hier der wird es auch nicht lange machen oh man ja gut wir verlieren ein paar zwerge das ist leider so ich hoffe mal dass das unsere zwerge uns dafür sind das ist die ganze zeit aus dem ruder gelaufen die aktion einfach nur weil unsere sehr schlauen kinder hier mit der mann gewann sie müssten hier draußen im treatyboot chillen und der fischerzwerg war einfach irgendwo und da hat er dann das timing des todes abgekriegt ja möchtest du nicht in unsere festung rein aber ich möchte lieber die jagdbohlen hier jagen okay also wie gesagt dass die irgendwann früher später sterben würden das habe ich schon gesagt dass die jagdbohlen hier nicht mehr lange machen würden machen und mitmachen und so beim nächsten angriff nämlich weil ich jetzt auch nicht wirklich verteidigt habe was ja du darfst sie gerne alle jagen aber du sollst bitte einmal kurz ich brauche ich habe noch nicht so viele fallen jetzt in die verteidigung eingebaut deswegen ich würde gerne unsere verteidigungsmaßnahmen jetzt hier etwas etwas ja okay kannst du dir irgendwie wann anders jagen so zum beispiel später wenn du eingefangen wurde zu mir groß sind diese jagd jetzt die ganzen jaktbohlen nein kommt doch einfach kommen die gruppe porsche kommen schön hier brav und und so brav bei fuß oh mein gott er jagt jedes einzelne tier du kannst keine sorgen wir füttern nicht mit reichlich lecker goblin hab aber später das ist gar kein ding du kriegst später so viel essen das kannst du gar nicht vorstellen so um die 100 goblin so darfst du alle auf auf auffressen jeder einzelne bin ich auch gar nicht böse für oder aber du musst jetzt bitte einmal ganz kurz so ja also wenn er jetzt kooperieren würde mit uns das wäre schön okay okay das ist jetzt vor gotten wie ist rodeo wie ihr seht und wir müssen jetzt hier ist unser baby zwerg wenigstens jetzt hier unser kinder zwerg ist immer noch um spielen da vorne you can't make the shit up also he is asking to die also so dumm kann doch kein kein lebewesen auf dem planet sein oh dummi dummi spieler weiter oh mein freund liegt vielleicht war ein freund nicht vor dem eingang ich bin mal weiter hier so es ist alles offen der kann der hätte ich den gang jetzt locker wenn er jetzt los läuft wenn er jetzt losläuft wenn dieser dumme zwerg jetzt losläuft ich sag's euch das wäre so in character für was er jetzt gerade bis jetzt hier abgezogen hat ich sag's euch hast du müssen ein wunderbar neune ok so was unser unser spezieller kamerad zählen einen weit gäst so kamera folgen so gehst du jetzt bitte ja ja nein nein sei brav oder eigentlich da das kann sich um stunden handeln ja der eingang ist offen ja 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 ist offen alles offen okay ich könnte beten dann überlegen ob ich mit meinem militärin beten kann das ist sehr sehr riskierig ich weiß nämlich nicht ob die dann einfach in den kampf übergehen anstatt gegen zu kämpfen anstatt einfach wegzurennen wenn ich ihnen sage bitte weg werden nicht gegen die feiten deswegen mache ich das mal nicht ja 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 nein hast du irgendwas am mein guter jedes tier auf der map getötet und die festung ist offen fest ist auch mein freund kommt auch haben doch vorbei ja nein ok es kann sein dass die die map einfach verlässt du uns ein bisschen pech am regel bleiben ja 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 nein ja ich werde mal beten indem ich es kann sein dass das die er das ansonsten ist wenn ich jetzt meinen squad sage dass die sich hierhin stellen sollen so was man wird hier bekommen ja eine leckere katze hier auch wieder selber körper ja wir haben ein leckeres kleines kätzchen leckeres vernaschen vielleicht willst du nicht mehr hier vorbeikommen kamerad und ich habe sie auf dem baum ist zur hölle so auf dem baum klettert ok da ist der eingang ja gut also wie gesagt selber schuld also at this point das zwergen kind ist einfach selber schuld es ist jedes tier tot oder sind noch im mutierer nein ja jetzt muss ich mein militär aber ganz schnell zurück freunde wieder wieder weg einfach weg einfach weg irgendwie wusste ich dass es passiert also ich bin jetzt wo bist du hin wo bist du hin ok wenn ich hab wahrscheinlich zu den länge zu müssen ja 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 ok wo ziehe ich den hebel wo gebe ich den befehl ich glaube wenn ich hier so ist ungefähr spätestens da soll ich mir viel geben so jetzt gebe ich vielleicht pull zeitgleich egal die sollen gepult werden ja den kann ich noch nicht den ich will den dazu nicht holen weil auch gott oh mein gott ok jetzt muss ich ihn wirklich holen jetzt aber hier alle letzte achterbahn schnell 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 bitte 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 boah das ist das hier auf messer schneide kann was ich mache komm 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 hebel ziehen zieht wir haben ein kleines problem klitzel kleines problem ok wir wir machen wir machen folgendes wie machen wir das jetzt ja das ist das problem also das problem ist ein kleines fehler macht ist not past me to make mistakes ja also auch ich mache schon mal fehler zum spiel ich habe das timing jetzt slightly verkackt der neue plan ist und so drei todes mutigen zwerger dürfen jetzt den ersten kill kriegen ganz freiwillig natürlich das war genauso geplant ich hoffe das klappt und wenn ich wissen was dann ist das letzte folge von meinem kleinen anfänger guide hier denn dann geht die festung halt vor die hunde oder ich roll back den save dann nochmal das können wir gerne in die kommentare und soll dieses fest und sie gleich untergehen du kommst du kommst du hast dich erst allein ich werde mal kurz hier den locker löschen und beziehlichen frischen komment lock haben sollte diese festung jetzt hier untergehen dann soll es halt so sein ja dann wie gesagt aber ich wäre jetzt auch geneigt den den save einfach noch mal zu laden den letzten so ist das ein sound ja viele viele zwerge fehlen ich war oder der jengis gestorben tut mir sehr leid jengis war so nicht geplant ja ja okay ich habe das gefühl festung wird wird es nicht mehr lange machen wir kamen mit hat schenke das fighting planes zeiten zum zu weitern zu wei einmars pro einmal ok ok planes teilt das fighting ist okay das ist einfach der lokum vorhin noch ich dachte der wird irgendwie klären und ich würde das sehen was unser lieber pulsa jetzt hier schönes macht der pulsa der wir jetzt hier ganz heroisch den teilen schon töten da bin ich mir sicher also nicht aber vielleicht pulsa ist fighting strikes at the chief medical draw of what was shot is blocked ok er schießt wieder extract hexa plane planes teilen in the right front leg wo für steel battle x fracturing it ok hexa plane teilen wir vielleicht vielleicht da hätte ich einfach nicht versuchen soll das ding einzufangen das ding ist aber so ein viech einzufangen ist ja praktisch weil dann das prima verteidigungsmaßnahme ja aber wie ihr seht es ist dieses spiel kann kann sehr schnell in umschlagen in eine richtung die ihr nicht wollt wir sehen also auch wenn man schon erfahren es kann kann sehr schnell passieren dass man sich ein bisschen verschätzt und dann ist die brücke halt noch nicht oben und das viech kommt rein und dann ist das sieht nicht so gut aus ok dann ist er recht schnell vorbei pulsa ist fighting so hexa behetz bevor es benz verneckt das sind gut ok ok schaut es blockt kicks in behetz wir werden gleich so ein massengrab einfach richten müssen oder in der nächsten folgen i guess die folge ist wieder eine stunde lang geworden aber das konnte ich mir jetzt nicht hingehen lassen das sind die folge jetzt hier noch mit einzunehmen rennen zu nun schweißen aber spines menschen wo die euer ja ich glaube der der puls er mal der erledigt oder ein ja ich glaube wir müssen der nächste folge rollbacken also helfe du bist helfe willst du mich jetzt hier irgendwie hallo ich glaube dass das 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 war's doch nicht in der wo gehst du hin ihr habt noch den befehlen zu töten was tut ihr und dann was tust du oder der wieder ist mir noch nicht kommt er überhaupt rein ich will das zu dick um durch diesen gang durch zu kommen er ist nicht zurück und ich hätte die tür zu machen sollen ja also das habe ich mir überlegt ich mache schließt die tür ab möchtest du uns erzählen möchtest du uns erzählen wieso du gerade nicht erst dann machst werden die festung gerade zu fleisch wird ok der 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 selbst station ist der lichtste los zwei zeit bei runde zwei das ist so gut aus ok 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 oder so ein haustier das ist sehr schlecht selbst station einmal press don ok ja auf jeden fall viel 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 viele actions hier von unserem zwerg auf das wie ich viele fractures ich weiß nicht warum es gibt noch helfe ist es muss um leider wundet sein oder ja was hat der mitgenommen das hat irgendwie hier das definitiv der mensch schicken to the core ok er will die bestellen los ist los ja jetzt geht sie los right front foot ist gone oder da ist der ganze lockt und dass der lockt so war ja gerade left front foot ist broken left front foot ist smashed open head is broken head is smashed open left rear foot ist fractured left rear foot ist cut open also es ist schon ganz schön locker mittlerweile aber es kann sich noch bewegen irgendwie anscheinend der tail liegt am boden ok also der tail left front foot right front foot der set station aber der geht hier gerade total der club der dinge gerade in stücke für meine nela sei es fighting was wo ich glaube die laufen hier gerade vorbei die zwerge laufen gerade vorbei kriegen hier gerade teilweise den damage mit ab eventuell müssen wir nicht rollbacken ich weiß noch nicht genau das kann man sagen dass die festung einfach bald in ihrer stücke dann zusammenfallen wird weil die zwerge jetzt hier bald alle ausrasten werden weil wir hier gerade den tod überall sehen wird left right center weniger die viecher viecher massakriert zwerge massakriert haustiere alles geht über den jordan es sieht alles so gut aus mängel chor mängel chor hallöchen ja ich würde sagen mission erfolgreich so mehr oder weniger blotow 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 ok wird mir scheint geschafft zu haben dass das 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 entgebiest hat sich erledigt das station wie sie der aussehe helft gar nichts das ist passiert todes mutig dahin kloppt natürlich in stücke der war fertig end of story ja also anscheinend station hat es geschafft ihr könnt sie auch noch mal vorbrechen rights lieber station kills was kein kill du hast kein kill wer hat den kill gekriegt wer hat den kill gekriegt moment moment mal nein oder der woodworker kicks für planes titan wer wer ein unbenannter zwerg oder was likord astersack wer hat es den kill du kannst du erzählen dass du jetzt irgend so ein random woodworker jetzt den kill gekriegt hat ich kann ich kann ich kann ja also der liebe likord der die das likord hier der der hat gemacht das ist der kill aber der hat hier den dicken den dicken planes titan den hat er hier einfach totgeschlagen glaube ich das war irgendwie sowas was hat er gemacht we should fight i love my face of death liebe freunde nur in dwarf fortress ja nur in dwarf fortress da fällt was runter auf meinem schreibschirm nur in dwarf fortress marschiert irgendein random woodworker gerade randomly vorbei an einem dicken planes titan aus korallen der aussieht wie ein riesiger dinosaurier der mann auch so äh und der planes titan kippt dort um der woodworker so ich war das ich ganz allein Kicks mit planes titan in the head I can't I really can't you can't make it up ja gut dann werde ich tatsächlich nicht rollbacken schätze ich mal I don't even know man at this point I do not even know ich werde das hier definitiv separat abspeichern und dann werden wir mal schauen oder so also hier sind sehr viele zwerge gestorben ich weiß nicht ob wir jetzt hier so eine tantrum spiral haben werden wo ein zweit nach dem anderen quasi sagen wird oh alle meine freunden sind tot oh nein oh nein und dann ausrastet das passiert schon mal ähm ja ich bin also ich bin ganz offen ehrlich mit euch ich bin sehr überrascht dass diese festung das so weit überstanden hat it is spattered with dwarven wine wer zur Hölle hat sein Wein auf dieses Vieh verkleckert gut ähm ja dann würde ich sagen werde ich einfach erstmal an dieser Stelle callen habe ich das Büro jetzt schon wieder hier ausgeschaltet ähm das können wir jetzt natürlich wieder unassignen hier das war jetzt eine sehr schöne Demonstration wie man seinen Verteidigungsgang nicht nutzt logischerweise wie ihr ja gerade gesehen habt ähm also an sich war es schon eine gute Demonstration wie man den nutzt logischerweise man versucht das Ding dann hier drin einzusperren und hat dann hier ein lustiges kleines Spielzeug für Invader die man dann hier rein lockt ne aber ja das Timing ist was ist das für ein Sound das Timing ist dann schon äh schon essenziell logischerweise das Start Raining okay ich bin mir gar nicht sicher was das für ein Sound ist wo dieser Sound herkommt vielleicht irgendein neues Mandat oder sowas Make Warhammer ist eh keine Ahnung wie auch immer das wärs für die heutige Folge die wieder viel zu lang geworden ist ich hoffe ich krieg die noch irgendwie gerendet und hochgeladen wir haben schon wirklich 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 spät ähm ja mal schauen wenn nicht kommt die einfach ein bisschen später erst online oder sowas ähm das wärs für die heutige Folge wir haben einen Forgotten Beast Beast abgemurkst und gekillt nachdem wir es versucht haben äh einzufangen was leider nicht geklappt hat wie ich es mir vorgestellt habe ähm ja es soll passieren es sind irgendwie 5 Zwerge ich glaub wir haben wie viele neue Zwerge haben wir überhaupt nicht fest in den Zug riecht haben wir nicht irgendwie 5 neue Zwerge so aus den Zug riecht ähm ich weiß nicht genau in der nächsten Folge steht dann wahrscheinlich an ähm den Verteidigungsgang zu Ende zu bauen ähm die Chordes von unserem Meer zu Ende zu bauen neue Räume zu bauen und äh eine dicke Grabkammer zu errichten für die diversen Zwerge die jetzt hier über den Jordan gegangen sind äh zwei Kinder ein Fischer Zwerg der auch irgendwo hier rumliegt hier oben oder so da vielleicht ich weiß doch auch nicht man oh man oh man oh man oh man ja gut das wird noch äh das wird noch spaßlich das war auf jeden Fall meine Action reiche Folge ähm gut dann würde ich sagen was ist für die heutige Folge von meinem kleinen Anfänger Guide hier ja man weiß nie was passiert im Spiel ja also aus dem Nichts passiert und sowas und äh plötzlich ist die halbe Festung gestorben oder halt 5 Zwerge oder sowas wir können ja mal nachgucken dead missing der Chang'e ist gestorben der Pulser stimmt das ist das ja das ist natürlich ein major oof hier an der Stelle äh dieser Fischer Zwerg hier der auch legendary war leider dieser Zwerg genau also zwei Fischer Zwerge beide Fischer Zwerge sind gestorben und das wärs glaub ich tatsächlich soweit gar nicht mal so viele Zwerge wo sind die Zwergenkinder da 1,2 und 2 Zwergenkinder ok also 4 Zwerge glaub ich ne 5 Zwerge doch 5 Zwerge sind gestorben ne 1,2 6 Zwerge 6 ich glaub 6 Zwerge ja manche sind noch missing da wurde die Leiche halt einfach noch nicht gefunden gut äh also nicht so gut aber dann würd ich sagen bestes für die heutige Folge äh ich hoffe ihr habt was äh aus der heutigen Folge gelernt also im Sinne von ihr habt gelernt wie man das nicht macht nämlich ähm sich verteimt ich würd euch übrigens dazu raten ich dachte mir jetzt ich werd's einfach totes mutig mal nicht speichern ich rate euch dringend dazu äh vorher so ein ne wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt ähm und die Festung nicht direkt verlieren wollt dann speichert vorher einfach mal ab in einem separaten Speicherstand des GTE kann hier auf safe and continue playing gehen und kann so einen separaten Speicherstand erstellen ähm und kann den Speicherstand einfach nochmal neu laden wenn man das Timing halt auch nicht drauf hat hier ähm wann man hier die die Tore rauf und runter äh knallen lassen will ihr könnt auch übrigens wahrscheinlich einfach einen Burrow erstellen hier einfach diesen kleinen Raum hier beschränkt und dann hier 1,2 Zwerge in dieses Burrow hier rein das sein dass die wirklich direkt neben dem Hebel stehen dann wäre doch direkt die Hebel gezogen das hätte ich vielleicht machen sollen das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm ähm aber ja seid schlauer als ich äh lasst das Viech nicht einfach durchlaufen schließt dann vielleicht die Türe ab und sagt einfach hier so verbinden lockt ne dass das Viech nicht einfach durchlaufen kann ohne die Türe einzureißen oder sowas ähm das wäre vielleicht eine Option gewesen ähm aber ja ich hoffe ihr habt was dazu gelernt ich habe definitiv auch was dazu gelernt nämlich dass das äh schon so eine Geschichte auf Messerschneide sein kann also das war mir klar aber ne ja denn manchmal machst du halt einen Fehler und da passiert sowas gut das wärs für das heutige Video soweit würde ich sagen ähm ich ich wünsche euch schon einen Resttag ähm macht noch was Schönes mit eurer Festung versucht nicht massakriert zu werden wie ich äh von diesem Forgotten Biest das auch einfach einen von unseren gut ausgebildeten Militärzwergen einfach mal eben so abgemuchst hat wobei es einfach unlucky war äh der liebe Pulser hat halt den Angriff nicht gedodget und dann ja wir könnten einen neuen Pulser assign und auch einen neuen Cengiz merke ich gerade äh Cengiz Cengiz wir haben jetzt ein paar unbeinahnte Zwerge ich glaub das machen wir vielleicht sogar warum nicht dann haben wir hier Pulser 2.0 und Cengiz 2.0 äh 2.0 ja mal schauen wie immer das wärs für die heutige Folge würde ich sagen bis zum nächsten Mal ich wünsche euch einen schönen Resttag äh schaltet auch deinen lieben gerne in der nächsten Folge wieder ein werden wir versuchen diese Festung äh vor dem Untergang zu retten weil die Zwerge jetzt wahrscheinlich alle etwas traumatisiert sein werden überall liegen Leichen rum ihre Freunde no less nichtmals feindliche Leichen nein ihre Freunde ihre ganzen toten Freunde und Kinder ja äh nicht so schön gut würde ich sagen das wärs für die heutige Folge bis zum nächsten Mal Tschüü gut